Ich habe es noch nicht getan. Aber ich muss mir diese Grenzen schon oft ankommen. Jaja, du bist sehr höllisch, Nubunaga. Dreh den Arsch! Offensichtlich bin ich schon im Sehgeschwert. Ach ja, da war ja mal was! Plupp, plupp. Wieso hat der Letzte jetzt getroffen? Sehr verwunderlich hier alles. Oh, jump jump! Gut, dass ich einen Geheimweg gezielt habe. Gut, dass du dort versügt. Ja! qué ist los! Neh, neh, Nubunaga, lih. Ah, diesmal läuft es. Oh, oh, was war rot nochmal, was war rot nochmal? Ach ja, stimmt, das war, das war, glaube ich, dieser Verfolgungsding. Oh, das ist jetzt nicht... Ach komm, Nubunaga, komm schon, mach es mir nicht so schwer. Oh, jetzt hat er auf einmal zweimal angewürfen. Ah, dass er das auch immer gewinnen muss, das ist so gott. Ah, jetzt kommt er mit dem shit wieder. Ha, ha. Alles absorbieren. So, mal gucken. Wir haben noch zwei Geheimmedizin. Oh, wir haben noch zwei Geheimdien. Oh, wir haben noch zwei Geheimdien. Komm schon, steh auf Aua Ach komm schon, Nobunaga Oh, letzte Geilmedizin Oh, hoffentlich schaffe ich das noch Aber ich muss aufpassen Ja, Mann, Ruf Haben wir ihn? Wir haben ihn! Yes! Wir haben Nobunaga geplästhet, yes! Yes, yes! Und ich hoffe, da kommt jetzt kein weiterer Kampf mehr Aber das halte ich nicht durch Yes! Okay, gucken wir uns die Sequenz an Nobunaga, du Noob Du Loser A Mann's life Is 50 years But a wink In the life of the cosmos A dream Or an illusion Very well Very well Oh, boy! Wir haben ihn endlich geschafft, Semenosuke I kept my promise to you, Jacques And to the Oni Clan Semenosuke We've got to scram! 2. Juni 1582 Daraufhin haben wir drei Teile hingearbeitet Und jetzt viel Spaß mit der Endsequenz Denke ich zumindest, dass es eine Endsequenz ist So- 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Nobunaga ist tot. Jetzt ist es Zeit für den Ossian, um die Welt zu retten. Untertitelung des ZDF, 2020